Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Reise ins Spielzeugland von Gobschatt heute auf dem Programm. Auch, oder besser gesagt, vor allem die Jüngsten sind dazu ganz herzlich eingeladen. Wer besonders gut aufpasst, gönnt vielleicht auch noch eine Reise in ein richtiges Märllinland. Aber dazu mehr am Schluss. Und ab geht's. Ein gestiefelter Kater, der mit Blüschtier spielt. Gibt's das? Bei Gobschot wilde, böse und andere herzige Stofftiere schon für 29 Franken. Die böse Königin ist zwar die schönste im Land. Barbie mit ihrer kleinen Schwester Shelley ist aber noch hübscher und kostet bei uns nur 35 Franken. Und wann geht die Musik endlich nach Bremen? Erst, wenn das 1000-teilige Puzzle für 16 Franken fertig zusammengesetzt ist. Eine Grossmutter mit riesen, grossen Ohren. So kann sie noch besser telefonieren mit dieser Garnitur von Bob für 19 Franken. Statt einem Prinz, könnt sich der Frosch ja auch mal in ein rassiges Geländepartzeug für 49 Franken verwandeln. Die Batterien sind nämlich schon dabei, um abzufahren. Und schneller als Aladin seine Lampe je reiben kann, fliegt der Timecruiser von Lego durch Zeit und Raum für 45 Franken. Schnell war auch dieser Beitrag wieder vorbei. Wer nicht alles mitbekommen hat, muss nur einen Blick in den Spielsachenkatalog von Bob hineinwerfen, die diese Tage im Briefkasten liegen. Das richtige Meerchen ankreuzeln und den Coupon an Bob Weihnachtswettbewerb einschicken. Dünner kann man mit ein wenig Glück, wie am Anfang gesagt, reisen ins Disneyland in Amerika und in Paris und weitere Preise. Nach dieser Spiel- und Märchenwelt jetzt ein Flug zurück in die Welt der Markenartikel. Zwei davon, die Sie in unseren Läden kaufen können, haben uns Ihre Spots geschickt. Guten Tag, Sie sind bestimmt Parfumkennerin. Was sagen Sie denn hierzu? Ist das ein neues Parfum? Das würde ich mir sofort kaufen. Schön dezent, was ist denn das? Das ist Brise Pyramide, das Raumparfum. Also für meine Wohnung. Toll. Das ist mal richtig was ganz anderes. Brise Pyramide, das Raumparfum. Du, 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 du Vorrat anzulegen. Sultaninen offerieren wir ihnen aber auch aus biologischer Herkunft. Dafür, dass die strengen Anbaurichtlinien der Vereinigung der Schweizerischen Biologischen Landbauorganisationen, VSBLO, auch im Ursprungsland eingehalten werden, sorgen eine unabhängige Kontrollinstanz. Für das Einhalten der kulinarischen Richtlinien sorgen allerdings wie immer Armin Amrain. Grüezi miteinander. Bei so vielen Verantwortlichen kann der Sultaninen-Cake gar nicht anders als gut rauskommen. 150 Gramm Sultaninen, Sorangeat und Citronat in eine Schüssel geben. Mit 1,5 Esslöffel Raum begießen und zugedeckt eine Stunde ziehen lassen, wie ich das schon gemacht habe. Jetzt den Anken mit einem Drittel des Zuckers schaumig rühren, 6 Eigelb knot in knot drunter rühren, die Eiweisse mit dem restlichen Zucker zur Schnee schlagen und unter die Buttermasse halten und auch das Mehl und die Früchtenmischung langsam drunter halten. Die Masse in eine Butterteinkasten füllen und bei 180 Grad 50 bis 60 Minuten backen. Wenn es soweit ist, leicht abkühlen, stürzen und mit Budezucker bestäuben. Sie sehen, so ein Sultaninen-Cake ist wirklich eine Hexerei und mit seinem köstlichen Duft wird er zum idealen Begleiter zum Tee oder zu einer Tasse Kaffee. Ich wünsche euch jetzt schon viel Erfolg. Einmal mehr, es kommt das Rezept von Armin Amrein. Ein Alleskönner ist auch die Message-Maschine HFC9 von Radio TV Steiner. Dieser kompakte Telefonfax ist Komfort-Telefon, Fax mit Dokumentenspeicher und digitaler Telefonbeantworter in einem und kostet bei Radio TV Steiner statt 598 nur 398 Franken. Sie sparen beim Kauf des integrierten Telefonfax- und Anrufbeantworter jetzt also ganze 200 Franken. Weitere günstige Angebote jetzt als Übersicht. Nikola Herdöpfel in der 2,5 Kilo Tragtasche kostet 2,40. Und alle Sorten Emmentaler sind pro Kilo 4,50 günstiger. Zwei Päckchen Goldstar-Fisch-Sticks aus Alaska-Seelachs-Filet kommen zu über für 4,90. Ausserdem offerieren wir Ihnen den Luftbefeuchter Satrap Humimat 400 für 95 Franken. Auch diese Woche haben wir einen Preisabschlag. 10 Mondial-Ananass-Scheiben kostet ab sofort nur noch 1,40. Und im Coop-Restaurant empfiehlt Ihnen der Küchechef ein paniertes Schweinsschnitzel mit Dauphin-Herrtöpfel und Blumenköll-Mornet für weniger als 10 Franken. Zum Schluss noch ein Tipp für alle, die Silvestre dieses Jahr mal auf eine ganz spezielle Art verbringen wollen. Coop-Extra-Reisen offeriert Ihnen z.B. 5 Tage New York in Festtagsstimmung schon ab 1095 Franken. Oder 6 frühlingshaft milde Tage auf Malta schon ab 790 Franken. Wenn Sie an einer dieser Reisen teilnehmen möchten, können Sie jetzt telefonisch buchen unter 031 329 44 44. Unter dieser Nummer kommen Sie auch weitere Auskunft über oder können den neuen Prospekt mit dem Herbst-Winterprogramm von Coop-Extra-Reisen bestellen. Rufen Sie jetzt gerade an, die Leitungen sind noch bis heute Abend um 9 Uhr besetzt. Das wäre es für heute. Das Coop-Studio sehen Sie wieder in einer Woche. Bis dann, auf Wiedersehen.